Hey Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Hitman. Wir haben ja wie gesagt einen schon erledigt von unseren Zielen, der andere lebt noch und da man ja irgendwie wie keine 27 findet und wir aber durch einen gewissen Zufall die Nummer einer Genereilschlüsselkarte gefunden haben, machen wir doch einfach was anderes und versuchen in diese Suite zu kommen. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich da rinkomme mit dem, eigentlich müsste man müsste ich ja Sprengstoff dafür haben. Schätze ich mal um das Mikro dazu verdingselbumsel hoppern habe ich ja aber nicht. Ich würde trotzdem einfach mal probieren würde ich. Weil die 27 bin ich ja eh irgendwie nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und damit sagen. Und vielleicht liegt sie auch draußen. Übrigens mit dem Tuk Tuk könnte man nicht ummachen aber ich glaube Tuk Tuk ist ja Tuk Tuk tötet man den anderen mit. Ähm. Hier liegt auch so viel Zeug rum ey. Ich glaube ich weiß nicht ob hier überall diese 27 liegen könnte. Hier haben wir auch unseren Freizeitanzug. Damit wir angereist sind. Oh, nice. Was ist hier? Wieso sehe ich jetzt nicht immer nicht was Neues? Ist egal, kann ich hierbei rangehen? Ja. Wieso? Ja, das ist ziemlich hoch für die Füße, ist es nicht? Hey, willst du in die Dive vor und bringst VIPs für ein Leben? Dann schaue ich 5 für Bier und Barbecue. Ich möchte sie weg. Mediocre ist leichter als zu verwenden, wenn die Exceptionen nicht konstant auf die Füße zu stellen. Kann ich nicht einfach machen. Ich will keine Würde. Ich habe einen Drugsamiter und habe einen Bär für Christ's sache. Beide, die sind ja auch nicht. Kann ich gar nicht. Faut er oben ab hier. Schnell nicht. Bugswad. Jawohl, nice name, alter. Ich nehm mal Kammerjäger, wäre der nicht ganz genau so. 2 leute und wieder überlegen 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 ich muss ins andere gebäude jetzt müssen wir hier rüber, dann gehen wir da vorbei dann wieso kennt ihr mich? das ist ein bisschen die hotelbesitzung oder so ein kram So, wir werden jetzt gucken, ob er da einfach in die Sitzung kommt. Oh, ich bin schon auf die falsche Seite rein, Idiot. So, ich bin schon auf die Schuhe. Da ist noch mein Zimmer. Da hinten war das von der alten Stehntüte, genau. Abstecher ins Arm, ah, Wolfsschläger. Ladewecker. Oh, ich dachte, da sind Leute zusammen. Minzen. Äh, wir speichern mal. Einfach. Zur Sicherheit. Ähm, vielleicht... So, ein Badezimmer. Spielbecken. Aufnahme-Crew. Sehr geil. Könnte mir also auch helfen. Äh, ich mach jetzt einfach mal hier auf, um ein Pokémon, was das ist. Der pennt. Die alte. Kann ich einfach so rinnehmen. Ja, komm, mach Platz. Was? Ja. Sehr cool. Finden Sie das Aufnahmestudio. Aber, äh... Äh... Hätte ich sein, dass es mich da filzen. Aber das werde ich denn sehen. Sprengstoff reicht nicht bei. Ärgerlich. Jetzt, im Nachhinein natürlich. Aber... Aber wir werden sehen. Vielleicht kann ich das auch irgendwie anders... ...anders machen. let me tell you. I mean... ...probably... ...nein weiß. We got about it. That is... Hold on. What the? Have I seen you before somewhere? ich mache hier schon mal einen Scheiß ähm ja beruhig dich mal wieder da okay also nicht immer schwierigkeiten anscheinend selbst wenn ich die karte habe ich gar nicht drin egal aufnahmestudio finden aha Ui Aha Ich kled da auch mal auf. Okay, okay Das Wie das hier aussieht Wahnsinn Der mag mich aber nicht, halt bitte kriegt Wer mag mich überhaupt Mag mich überhaupt hierher Ich kann hier von innen rum Ich muss nicht mehr irgends messen Okay Jetzt kann ich einfach durchgehen Läuft Das ist nur der, den ich da nicht mag Der verzichtet sich aber jetzt, oder? Oder geht zumindest irgendwo 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 in Deckung Entdeckung, sag ich schon Das ist Jordan Cross Reveered and reviled In equal measures Das ist ein bisschen Impressiv Bullshit Jordan You're about one comment Wait Uh Yep Also Nice Also jetzt kann ich dieses Mikrofon austauschen Und im Normalfall Würde ich fast behaupten Das man Das man Das man Irgendwo Wart ist ja zum Beginn der Aufnahme Okay Mischen sie den perfekten Track ab Mach ich doch Voll dabei, Junge Weil ich bin nicht nur Hotelputzkraft Bin auch der oberkrasse Abmischer Misch Misch Abmischer Ah ja Mischpult So nice Ähm Warte wie dick hier aus Ja Was wählen You can do better Meh Okay Mögen sie jetzt nicht ganzer Good call mate Well that's one stand down Three more left Hey you're on a roll mate Two batches down, two to go Ja Chill mal The chaps got golden ears Ja Ich würd sagen nämlich Äh Irgendwie Links sieht fast aus wie rechts Äh Irgendwie Links sieht fast aus wie rechts Ja 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 Es ist alles zusammen Awesome Heidi Ja Ich bin schon echt awesome Mein Freund So Ähm Ähm Äh Den Vincent Jordan Gewinne per Kopfschuss Kann ich auch machen Mit dem fehlerhaften Mikrofon Oder Stirb der einfach jetzt durch dieses Mikrofon Weil das schon fehlerhaft ist Das kann ja sein Stimmt Das ist jetzt schon wieder ein paar Parts her Zwischendurch hab ich halt nicht gespielt Ich hab's vergessen So kommt der Hippie jetzt nur? Da kommt er Der Neber sing mein Freund Hey, was ist das? So Jetzt bin ich echt gespannt ob das jetzt schon klappt oder nicht oder Klappt oder nicht oder nicht oder doch Also Theorie brauchst du gar keinen Sprengstoff weil du kannst Weil das Mikrofon ja kaputt ist und deshalb Irgendwann war mir die Mikrofon Ready Hey Hey Hey, was ist passiert? Move die Mic Would you please? Ich glaube wir haben die Phase-Kancellation Ähm Ähm Aber wir wissen ja was wir immer gerne machen Das ist alles Ähm Ähm Hier habe ich ein Auto speichern So So jetzt kann ich nämlich mal ganz schnell So jetzt kann ich nämlich mal ganz schnell Ähm Und da gibt's theoretisch Da ist er Also die Herausforderung der Rockstar ist bestimmt einfach nur um Um den Typen dort umzuknallen Um zu knallen sag ich schon Ähm Und eigentlich müsste ich jetzt auch gleich den Erfolg gekriegt haben mit dem Kopfschuss Durch die Durch diese Scheibe Wurde jetzt vielleicht noch nicht schnell noch eine zeigt Und jetzt kann ich nicht ran weil ich dran war und rausgegangen bin vorher Na egal, ich habe zur Note Und jetzt kann ich den Autos speichern So Ich muss jetzt noch was machen Ich guck mal nach So Super Gelegenheit genutzt Deshalb steht das ja nicht mehr Info Doch hier Hier Seid immer da Bei hoher Spannung Ah ja hier Spannung erhöhen Ja Thunderkiss Okay Okay Someone help me Bloody hell What's going on here I'm really scared Someone help me What's going on here What's going on here Ich will hier nur schnell weg weil ich einfach nur besorgt um mich bin Nicht weil ich ein böser böser Killer bin Nein 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 Die ganze Zeit die sucht hier von ein zwei Leuten Ja gut hätte ich wie gesagt auch alles wieder umgehen können Die alte da oben da zum Schluss da wo ich da so doof rein bin wegen der Schlüsselkarte war total dumm Ähm Ich nehme einfach den Standardausweg Man kann auch irgendwie mit dem Tuktuk entkommen und mit irgendeinem Boot Obwohl man muss ja eh mit dem Boot weg Aber ich meine mit dem extra Boot nur weg So na Mensch Zum Anfang sah das echt so aus als ob ich das hier ewig brauchen würde Und jetzt so Mit ein bisschen suchen und überlegen Ähm Ging es ja jetzt doch wieder nochmal Echt zügig auf ehemal Oh wenn ich es halt echt perfekt hätte machen können Ach jetzt erstmal Katzi mal ein Mann ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47, but ICA is neutral, almost has been. We can't allow ourselves to be manipulated. Besides... Es ist schon passiert. Italien, Morocco, Paris. Alle unsere Kunden haben ihre Ente in der gleichen Weise. Anonymous Tipps, aus einer Schriftstelle. Jedes Kontrakt, perfekt legit. Yet Teil von einem größeren Design. Ich verstehe die Art. Niemand macht. Die Bord haben uns gebeten, diese Schriftstelle. Und unsere Analysten befinden sich in, während wir sprechen. Ich weiß diese Art. Niemand spielt ein Spiel, 47. Die Frage ist, ob die Spiel ist. Ja, gegen wen wird hier gespielt? Das ist hier die große Frage. Na, Mensch, da gab es ja doch einige. Ja, seht ihr, seht ihr, da habe ich bekommen. Hier, das ist hier der saubere Schuss. Den ich dann durchs Speichern halt einfach schnell gemacht habe. Mensch, gleich Stufe 7. Ist doch okay. Da gibt es eine Machete. Und ein paar schöne Startoptionen fürs nächste Mal durchspielen. Ja, immer unbemerkt. Das hätte ich auf jeden Fall schaffen können. Das war einfach, wie gesagt, Unachtsamkeiten. Hier, wo ich ja einmal in die Wache gerannt bin. Vor dem Kellergeist. Die alte jetzt zum Schluss nochmal. Keine Aufnahmen. Verweslingt ein bisschen Warte. In dieser Sicherheitszentrale. Vielleicht geht der auch irgendwann mal raus. Dann kann ich das auch machen. Oder ich logge den irgendwie raus. Keiner Körper gefunden. Zählt also doch, weil es Unfallkilled sind. Okay, cool. Wusste ich jetzt vorher auch nicht unbedingt so. Ja, sehe ich. Und das bleibt ja eh null. Fettig mit einer echt fetten Rufab. Mit ein bisschen Vorsicht, wenn wir eine echt guten Punktzahl abschließen können. Aber hey, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ein, zwei Herausforderungen gab es dann dadurch auch. Ah, das ist jetzt so. Das ist Quatsch. Joa, und der nächste Auftrag. Das nächste, der nächste Zielort wäre dann Colorado, USA. Und da, oder? Befolgt es wieder eine falsche Sage? Nein, ja. Es bleibt bei Colorado, USA. Oder eventuell bei einem schwer zu fassenden Ziel. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bleibt dran. Bis bald. Amen. 10-Maxline! 2! 2! 3! 5! Untertitelung des ZDF, 2020